Willkommen bei Schulfahrt.de. Klasse reisen. Das Elbflorenz Dresden heißt Sie willkommen. Besichtigen Sie die Frauenkirche, den Zwinger und die Semperoper. Entdecken Sie das Grünige Wölbe und das Hygienemuseum. Ab Abend wird es Zeit, die Kneipen und Restaurants der Neustadt zu erkunden. Das Pastalgebiet ist die älteste und berühmteste Touristenattraktion der Sächsischen Schweiz. Auf der Festung Königstein eröffnet sich Ihnen ein brillanter Rundblick auf die gesamte Sächsische Schweiz mit den angrenzenden Bergketten. Die Festung selbst wird Sie mit mehreren interessanten Ausstellungen in die Geschichte eintauchen lassen. Ein Höhepunkt dieser Reise wird ein fantastischer Ausflug in die goldene Stadt Prag. Besichtigen Sie die wichtigsten Punkte der Stadt auf eigene Faust. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017